So, Nina, ich hab das Lied für dich, ist nicht leicht für mich, aber hör mal. Zuerst mal hab ich mit dir Gretchen Küsse gegeben und dann tschau, damit du dran bist gekommen. Wo du das zweite Mal gesehen hast, hab ich gedacht, wow, das dritte Mal hab ich zugehört und gedacht, du wärst eigentlich genau den Typ der Frau, wo mir gefällt. Optisch und vibe-mäßig auch, vielleicht hins deine Gesichter, zieht deinen Akzent. Die Art, wie du redest, die Farbe und Form von deinen Augen, die Art, wie du bewegst, ich weiss nicht was. Doch irgendetwas fällt mir krass an dir. Ja, ich bin von dir fasziniert, würde dir ein bisschen Zeit in dir verbringen und schauen, was passiert. Ich erwarte nichts, würde aber sagen können, ich has probiert. Stressen will ich sicher nicht und auch nicht blind von dir Schwärmen, hat einfach Bock, dich lieber besser kennenzulernen, denn Du würgst auf mich, wie ein Süssigkeitsladen auf ein Kind, wie ein Vergnügigspark auf meine Sinne. Mein Verstand füllt sich in die Augen zu dir, du bist der Hammer. Du würgst auf mich, wie ein Süssigkeitsladen auf ein Kind, wie ein Vergnügigspark auf meine Sinne. Mein Verstand füllt sich in die Augen zu dir, du bist der Hammer. Ich würd mir gern cool, je, das ist schwierig, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, hätte letztes Mal lieber gesagt, gib mir doch die Nummer an, statt die Nummer, man sieht sich. Ehrlich, du gefallst mir ohne Übertrieben, es muss mir schon etwas bedeuten, wenn ich einen Song drüber schreibe. Ich hab müssen handeln, weil es mich schon länger beschäftigt, ein Wort langt und du wirst von mir nicht mehr länger belästigt. Es wär kein Weltuntergang, weisst ich schaff's auch alleine. Doch hier, ich bin ein guter Typ, gib mir eine Chance, oder das zeigen, so Gefühle fühle ich selten. Es halb eracht uns als wichtig, ich fühl mich schon ein bisschen komisch dabei, doch vielleicht mach ich's ja richtig, ich hab keinen anderen Weg gesehen, und sag es dir mit dem Lied, ja nina a la maschina, bin ich ein bisschen ehrlich verliebt. Du wirkst auf mich, wie ein Süssigkeitsladen auf ein Kind, wie ein Vergnügigspark auf meine Sinn, mein Verstand fühlt sich hinzugehen zu dir, du bist der Hammer. Du wirkst auf mich, wie ein Süssigkeitsladen auf ein Kind, wie ein Vergnügigspark auf meine Sinn, mein Verstand fühlt sich hinzugehen zu dir, du bist der Hammer. Ja ey, ich hoffe du kannst das Kompliment ane, und kriegst mir gleich mal deine Nummer. Anderfalls denk ich, sieht man sich eh gleich irgendwie wieder. Bis dann! und du musst dir gleich mal deine Nummer! Girlsёл. Ich bin анthona, wir werden dir это wieder mal, Vielen Dank. Vielen Dank.